Die Stars, Ananas, die Stars, Ananas Ja, richtig gehört. Die Stars, Ananas ist wieder da. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von diesem wahnsinns Podcast. An diesen, ja, was habe ich dir gerade gesagt, bevor wir angefangen haben? Heute ist nicht mein Tag irgendwie. Irgendwie, das war's heute, Leute. Wir hören auf, wir gehen am, wann kommt die neue Folge raus? In zwei Wochen, dann am 15. November, ja, ja. Richtig, am 15. November. Hat heute wieder sehr viel Spaß gemacht, Axel. War ganz, ganz toll. Ein bisschen nervig hier mit meinem Rücken, hab heute ein bisschen Schmerzen und so. Ja, kann ich verstehen. Deshalb haben wir heute mal minimal abgekürzt. Keiner ein bis anderthalb Stunden, sondern eher eine Minute. Ich wollte vor der Folge, wollte ich dir noch schreiben. Ey, Robson, wollen wir vielleicht heute versuchen, so auf 60 Minuten einzutingeln? Wer war letztes Mal so abgeliefert und ich war ein bisschen K.O. Aber eine Minute wäre echt ein Rekord gewesen. Naja, komm, wir versuchen es nochmal. Also, in diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Stars, Ananas, der nicht mehr ganz so neu heiße Scheiß am Podcast mag. Mein Name ist so und bleibt Axel. Ich finde diesen Text am Anfang echt schön. Er hat sich so richtig eingegroovt bei mir und mir zugeschaltet. Ist so und bleibt. The one and only Robson A.K. Robert. Dicker, was geht? Hallo. Ja, was geht? Erstmal länger als eine Minute heute. Nein, alles super bei mir. Ich habe irgendwie mitbekommen, du warst im Urlaub, oder? Ja, genau. Ich war im Urlaub. Kann ich gleich nochmal ein bisschen berichten. Ich bin jetzt die Woche schon wieder am Ackern. Also, wir nehmen jetzt am Donnerstagabend vor der Ausstrahlung quasi aus. So offen können wir ja sein. Nee, heute ist Mittwoch, aber egal. Habe ich was verpasst? Heute ist ja erst Mittwoch, stimmt. Ich dachte die ganze Zeit, dass du das so sagst. Ja. Ach, naja, egal. Also, heute ist Mittwoch vor der Aufnahme. Entschuldigung, aber brauchst du nochmal Urlaub? Nee, aber weißt du was, jetzt weißt du auch, warum ich mir den jetzt zum Beispiel aufgemacht habe. Oh, verstehe ich. Ich war wirklich auf dem Weg nach Hause von der Arbeit, war ich heute ein bisschen k.o. Der Tag selber war gar nicht so krass anstrengend, aber ich mache gerade ein paar anstrengende Sachen, die werde ich heute mal umschreiben. Ich will ja erst später darüber erzählen. Deswegen habe ich heute zum Beispiel jetzt seit Mittags so langsam richtig krasse Rückenschmerzen und irgendwie war es dann so die letzten zwei Wochen, trotz Urlaub, ganz schön anstrengend. Warte mal, ich muss mal kurz ein Stück kommen. Wieso hast du Rückenschmerzen? Von was kommt das schon wieder? Von einer weitestgehend sportlichen Betätigung. Ich habe nämlich was vor und das findet demnächst statt. Da will ich aber erst darüber erzählen, wenn es dann soweit ist, wenn wir das quasi gemacht haben. Ich glaube, ich weiß es. Ja, genau. Und da bin ich gerade fleißig am Üben, Robert. Schleißig am Üben und wenn ich dir dann erzähle, was ich gemacht habe, du wirst zu denken, Alter Axel, du hast echt einen Schuss. Den hast du sowieso, ganz ehrlich. Der Podcast, der offene Podcast, ich habe mir einfach jetzt, um hier irgendwie in Stimmung zu kommen, habe ich mir so eine richtig Assi-Dose aus der Kaufhalle gerade noch geholt auf meinem Weg. Havanna-Club. Aber die Dinger sind richtig gut, muss ich sagen. Sind zwar scheiße teuer, aber gut abgemischt. Wie ein Jutta-Song, gut abgemischt. Kommt, aber ganz ehrlich, Digga, die besten Havanna-Club-Mischungen mache ich. Ich sage einfach nur, also einige, die in dem Podcast hier hören, kennen meine Mischen, haben sie auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, definitiv. Nicht mehrfach. Jeder Schluck zweimal durch den Kopf. Aber meine Mischen sind immer legendär. Ja, ja, Robert hat ein Mischungsverbot bei manchen Leuten, das ist echt so. Das ist immer, wenn Robert dann da ist und wir fragen, na, wollen wir jetzt Kubalibre trinken? Wer macht denn den Kubalibre? Aber nicht Robert. Ja, dann trinken wir. Ja, ich weiß nicht wieso, aber meine Mischen sind immer geil. Ja, ich habe mich, also auch wenn ich jetzt ein bisschen, auch wenn ich heute ein bisschen, warte mal. Du wirst gerade ganz leise, ich höre dich gerade gar nicht mehr. Also falls ihr irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund hört oder so, das könnte meine Waschmaschine heute sein, weil ich muss ja auch irgendwann mal laufen. Axel zeigt mir gerade irgendwas mit kleiner werdenden Fingern, also die gehen immer weiter zusammen, keine Ahnung. Ja, eigentlich wollte ich das am Ende der Folge ranhängen, aber ganz ehrlich, Leute, wir machen heute mal was anderes. Und zwar, Axel versucht gerade den ganzen Mist hier noch zusammenzubauen und deshalb, ich wollte heute mal einen Aufruf machen. Und zwar habe ich jetzt schon von vielen gehört, dass ich halt so eine tolle Stimme habe. Und wie soll ich sagen, ich würde gerne mal für maximal fünf Minuten, müsst ihr mir einfach mal ein Skript zuschicken, einfach offiziell an mail at dda-podcast.de und ich lese es dann ein. Ich versuche das noch schön zu betonen und ja, also sagt mir einfach Bescheid. Oh, der Axel resigniert gerade ein bisschen. So, dann lass uns einfach direkt weitermachen hier. Was heißt direkt? Das waren gerade ungefähr gefühlt zehn Minuten, naja, fünf Minuten waren es wahrscheinlich Unterbrechung. Ja, genau. Ja, irgendwie ist mein Mikrofon mit einmal, meine Stimme wurde immer leiser und leiser und dachte mir, was ist denn hier los? Und der Pegel auf meinem Gerät ist auch immer kleiner geworden. Naja, kurz zu Ende vom Lied, ich habe jetzt erstmal, weil ich nicht hinbekommen habe, das eine Mikrofon abgeschraubt, das neue Mikrofon rangemacht, wollte ich, wollte ich. Das ist aber bei meinem Mikrofon am, da ist so ein Adapter da, ob ich schraube, den eigentlich abbekommen auf die schnelle, also schnell einen anderen Mikrofon abgeholt. Hast du eine Wasserpuppenzange genommen? Ja, ich habe eine scheiß Zange genommen. Naja, jetzt funktioniert es aber wieder, man sollte mich jetzt wieder hören, das ist doch wunderbar. Ja, natürlich. Ein bisschen leiser, ein bisschen leiser als sonst, aber okay. Es ist so besser, sollte ich mich ein bisschen lauter machen? Es ist so wieder angenehmer. Ja, so ist es wieder angenehmer, Axel. Schön. So, ich habe schon mitbekommen, du hast über deinen Aufruf gesprochen. Genau. Den ich ja eigentlich zum Ende der Folge machen wollte. Okay, alles klar. Wollen wir den vielleicht an der Stelle, nee, das ist egal, wir lassen es einfach jetzt laufen. Das ist einfach so, das ist jetzt mal so authentisch Podcast hier. So funktioniert es eben manchmal. Und genau, also wenn ihr Lust und Laune habt, schickt mal den Robert genau das zu, was er gerade gesagt hat, weil ich finde, das ist eine geile Idee. Auf die Idee ist er ja gar nicht selber gekommen, da sind ja andere draufgekommen und das macht ja umso mehr den Charme aus. Genau. Kamen einige Rückmeldungen und ja, warum nicht? Ich würde es mal ausprobieren wollen. Warum nicht? Kann ja völlig schief gehen, weil im Podcast bin ich anders, aber ich habe, das kann ich gar nicht erzählen, aber ich habe schon mal solche Tonaufnahmen gemacht für das Studium. Da habe ich ein Video gemacht und man, monotoner ging meine Stimmen gar nicht mehr. Okay. Wirklich da, diese, ja, dann hat man daran gedreht und dann hat man das verschoben. Dann ist die 1 plus 1 berechnet worden. Wirklich, so in diesem Monotonen habe ich das voll durchgezogen. Fünf Minuten. Okay. Das möchte ich natürlich nicht nochmal machen. Nein, das können wir mittlerweile viel besser. Und um mal wieder ein bisschen Schwung reinzubekommen in den Podcast, in diese Folge, Achtung. Dönerläden mit mehr als drei Soßen. Wurst mit Gesicht. Käsesoße im Kino. Damit ist jetzt Schluss. Dies, das anders schafft ab und verbessert die Welt. Nicht aber ohne irgendwas Neues dafür einzuführen, weil wegen Gleichgewicht und so. Dings. Dings, genau. Und zwar folgendes. Ich war ja gerade im Urlaub in Dänemark mit Family und auf dem Rückweg und natürlich auch auf dem Weg dorthin, du machst ja irgendwann mal ein bisschen Pause, gehst da an die Raststätten ran und wie auch immer. Und mir ist dann aufgefallen, dass mir eine Sache so wirklich fehlt, weil du hast halt meistens dann irgendwie McDonalds, Burger King oder irgendwas anderes. Ich würde gerne erstmal, die Reihenfolge muss ja stimmen, ich würde folgendes abschaffen und zwar KFC. Ich würde KFC abschaffen. Das ist kein Laden für mich. Ich sag's ganz ehrlich, ich find diesen Laden, der ist qualitativ, ich mag den nicht so wie andere den mögen. Genau das, was andere lieben, so dicke Panade und so, das ist halt überhaupt nicht meins. Nee, also da gebe ich dir vollkommen recht. KFC ist jetzt auch nicht meins, weil die Panade ist, glaube ich, doppelt, also genauso dick wie eigentlich das Hähnchen an sich und ja, da, nee, ist wirklich nicht so geil. Und der super Nachteil an dieser dicken Panade ist, find ich, dass das Fleisch da drunter, das behält einfach seine Grundhitze. Ja. Oh, ich bin jetzt, war drei oder viermal in meinem Leben bei KFC, hab mir jedes Mal die Gusche verbrannt. Genau, so. Voll geil. Aber was Adäquates, Einfügen, was heißt adäquat? Viel, viel besser. Einführen würde ich ein Autobahnkonzept, ein Autobahnraststättenkonzept von Five Guys. Das wäre quasi mein Gegenstück dafür, oder dazu. Five Guys, wer Five Guys nicht kennt, hat die Welt verpennt, sag ich nur. Für mich die beste Fast Food Franchise Kette, wenn man so möchte. Und die liebe ich einfach und ist im Bezug ein bisschen teurer, so für so, also im Vergleich zu McDonalds und Burger King und so, aber qualitativ natürlich deutlich besser und mir ist das jetzt wieder auf der Autobahn aufgefallen, wo ich mir dachte, Axel, Axel, ganz kurz, ganz kurz, fettes Fett. Fettes Fett. Auf so McDonalds, ob es McDonalds ist oder Five Guys, deshalb schmeckt das ganze Zeug einfach nur. Da ist definitiv was dran, aber ohne Scheiße, wenn ich immer, wenn ich auf der Autobahn oder wo auch immer die Chance hätte, zu wählen zwischen McDonalds, Burger King oder Five Guys, ich würde safe immer zu Five Guys gehen, immer. Ich habe, zu den ganzen hier Konzepten, habe ich eigentlich ein ganz geiles Konzept und zwar nicht ein geiles Konzept, sondern es gibt ein geiles Konzept und zwar in Polen. Habe ich kennengelernt dürfen und zwar gibt es dort, genau, gibt es dort Tankstellen, da gibt es BP, was es hier in Deutschland ja gar nicht mehr gibt, BP, weil gab es ja noch in den 90ern und All-In. Ja. Und beide haben so eine, wie soll man sagen, Kettwurst-ähnigen Hot Dogs, nennen die die. Alter. Voll geil. Voll geil. Ja, gut, okay, aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal, ich weiß, du hast, ich kenne deine persönliche Nähe jetzt zu Polen und so weiter, aber wenn du dir aussuchen könntest, dieses All-Dings da mit dem Kettwurst-Ding oder Five Guys, komm Robert, lass mal dein Herz sprechen. Ja, wirklich, mein Herz sprechen lassen? Ja. All-In-Hotter. Ach bitte, Bullshit, Dicker. Du bist eine Pfeife, komm, laber mich doch nicht voll. Nein, wirklich, wirklich, wirklich. Five Guys habe ich ein bisschen abgeschworen, weil ganz ehrlich, das letzte Mal, als ich, ohne Scheiß, das letzte Mal, als ich da war, habe ich 20 Euro ausgegeben. What the fuck? Aber du hast doch 20 Euro gegessen in dem Fall. Ja. Ey, ich habe gesagt, Five Guys kannst du, glaube ich, maximal zwei, aller, maximal dreimal im Jahr machen, aber mir auch nicht. Na, nein, da gehe ich nicht ganz mit, da gehe ich nicht ganz mit. Aber Dicker, kann es sein, dass im Hintergrund deine Waschmaschine jetzt schon seit 10 Minuten piept? Nee, die ist schon durch. Das war wahrscheinlich vor der Geschirrspüler. Ach so, willst du den auspiepen lassen oder wie ist das da bei dem? Der hat schon gepiept. Also wenn er jetzt gepiept hat, dann ist durch. Ach so, der piept nur sieben Mal und dann ist durch. Ach, nur sieben Mal. Ja gut, okay, dann ist ja okay. Genau. Und im Übrigen, damit ich hier, ich würde ganz gerne hier, weil das steht jetzt schon eine ganze Weile bei mir hier in meinen Notizen drin, ich würde gerne noch eine zweite Sache abschaffen und wieder einführen, was Neues. Habe ich dafür noch die Zeit? Ja, aber? Dicker, natürlich, das ist unser Podcast, warum haben wir nicht die Zeit dafür? Also, ich würde Folgendes abschaffen, ich weiß, das hat auch seine Nachteile und so, aber vom Prinzip einfach, ich würde den Hochsommer abschaffen. Ich bin kein Typ für den Hochsommer, nach meinem Empfinden. Hochsommer kann bitteschön verschwinden aus meiner Welt. Bis Juni alles super, danach ist scheiße und dann erst wieder ab September. Es ist einfach viel zu warm, das geht gar nicht so. Hochsommer, ja klar, die Röcke werden kürzer, dies, das, das ist natürlich ganz, ganz schön hier und da, aber ganz ehrlich, das ist nicht meine Welt. Ich bin ein Frühlingsmensch, alles so im Bereich zwischen 20 und 23 Grad. Da bin ich zu Hause, da fühle ich mich wohl und blühe auf. Hochsommer, bitte weg damit, brauche ich nicht. Also, ich in meiner Welt. Und was würdest du dafür einführen wollen? Und zwar würde ich einführen und da sind wir jetzt wieder bei Spotify, ein dieser Plattformen, wo wir auch unseren Podcast drüber laufen lassen. Und zwar, es ist doch so, es gibt doch dieses Crossover. Also, das heißt, du kannst ja dann einstellen bis zu 12 Sekunden, wenn du deine Songs hörst, am Ende fällt es aus und fällt den nächsten Song wieder ein. Finde ich scheiße. Ich liebe das, ich liebe diese Funktion. Was die Funktion aber bei Bedarf, zumindest optional, noch besser machen würde, wäre, wenn du aktivieren könntest, dass das Gerät sozusagen so eine Art Beat oder Geschwindigkeitsanalyse durchführt in dem Moment schon. Und sagen wir mal, das Ende deines Songs schon entweder ein bisschen von der Geschwindigkeit runter oder hochpitcht, das ist quasi das Beat auf Beat quasi, dass der Übergang viel, viel besser ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, wie du das meinst. Das fände ich gut. Also das, was eigentlich ein DJ macht, so schlussendlich. Ein DJ macht ja auch nichts anderes. Der guckt sich am Ende irgendwie aus. Okay, wenn Mr. Spotify das erfinden würde, dann ganz ehrlich, brauchst du gar keinen DJ mehr. Dann nimmst du einfach nur Spotify, baust da ein bisschen was zusammen, zack, fertig und schon war es das. Bitte, halt noch einen extra Verdienst in diesem Sinne. Dönerläden mit mehr als drei Soßen. Wurst mit Gesicht. Käsesoße im Kino. Damit ist jetzt Schluss. Dies, das anders schafft ab und verbessert die Welt. Nicht aber ohne irgendwas Neues dafür einzuführen, weil wegen Gleichgewicht und so. Dings. Dings, Robert. Ich muss dir eine Frage stellen. Wir schicken uns jetzt seit kurzem, schicken wir uns ja immer vorab schon mal so ein paar Informationen zu, worüber wir potenziell sprechen könnten. Und du hast heute mir was zugeschickt, wo ich mir dachte, will er mich damit ärgern? Was ist hier los bei dir? Da steht drin, da steht drin, wirklich, da steht drin, Dönerladen mit mehr als fünf Soßen. Alter, was hat es damit auf sich? Sechs Soßen. Ich habe in Potsdam einen Dönerladen gefunden. Dazu muss man auch sagen, sehr geiler Dönerladen. Und zwar hat der Laden wirklich Knoblauch, Schaf, Curry, Kräuter, dann irgendwas anderes und Hummus. Oh Gott, das ist kein Dönerladen, Mann. Das ist ein, weiß ich nicht was, Laden, der nebenbei noch so was wie Dönerfleisch verkauft und ein Brot reinpackt. Digga, du hast ihn noch gar nicht gegessen. Der war voll geil. Das ist mir doch egal. Das gibt mir auch im Prinzip. Hab mir Knoblauch, Hummus drauf gemacht. Voll super. Warum machst du das, Robert? Ich würde das ausprobieren. Außerdem, außerdem, genau, danke. Und zwar von einer lieben, netten Zuhörerin wurde mir aufgetragen, dass ich heute etwas Werbung machen soll. Oh, Werbung. Werbung? Das erste Mal, das erste Mal Werbung bei uns. Moment, Bevor wir jetzt in die Werbeschiene eingehen, also, erst mal drüber reden. Spaß. Ist das jetzt wirklich Werbung für einen Laden oder was hast du jetzt vor? Nee, das ist einfach nur, nee, ist jetzt einfach nur, dass ich sage, ey Leute, das ist in Verbindung aber auch mit den Dönern und zwar, war ich schon Glühwein trinken. Ah, okay. In Potsdam, genau, in Potsdam gibt es diesen finnischen Glühweinladen Glögi. Hat er was mit diesem Modedesigner zu tun? Harald Glöckler? Nee, gar nichts. Glögi ist einfach nur, ist einfach nur Glögi. Glögi ist geil. Ich habe vorhin extra noch gegoogelt. Genau. Und Glögi ist dann so, du kannst ja mit Schuss und die haben, glaube ich, 100 Wodka-Sorten oder keine Ahnung, frag mich nicht, aber richtig, richtig lecker und ich hatte dann so drei an dem Abend und wir, eigentlich wollte ich Sushi essen gehen, aber dann, ja, also wir haben beim Glögi versackt und dann hatten wir Hunger und dann noch haben wir den Döner halt gefunden. Da haben wir uns erstmal so gewundert mit sechs Soßen. Na okay. Jetzt erklärt sich mir einiges. Und heute, heute, heute hatte ich zum Mittag, habe ich mir einen anderen Bistro, der ist bei mir gleich um die Ecke, Addi's Bistro, kannst du da piepen, wenn du das willst, da habe ich mir heute auch einen Dürremdöner geholt, aber ganz normal Standard mit Knoblauchsoße, auch ganz normal mit Salat und Fleisch. Digga, weißt du, wie dick dieser Dürremdöner war? Kann ich mir, wenn der, wie mein, wie, wie mein Unterarm, so dick war der. Okay, hast du ihn geschafft? Jo, aber danach war ich auch voll, dann war ich richtig voll. Aber wenn du jetzt mal vergleichst, also ja, war lecker, sagst du, oder sagst du jetzt, der ist übertrieben krass so? Der ist ab übertrieben krass, geil. Okay, naja, wir hatten ja jetzt, diesen Sommer hatten wir ja schon die Erfahrung gemacht, da Ubernhof Ebersweiler Straße, da ist ja dieser Döner-Kebab-Laden da. Ja, da kommt nichts ran. Okay, das wollte ich nochmal wissen, um das mal ein bisschen einordnen zu können, weil der war wirklich krass, war der. Der war vom Geschmack her richtig geil. Ja, okay. Da kommt leider nichts ran. Jetzt weiß ich aber auch, warum du dir da Hummus in deinen Döner reinschmierst, weil du vorher schon da deine finnischen Cocktails hattest mit tausend verschiedenen Wodka-Sorten. Jetzt, Robert, da habe ich wieder ein bisschen Verständnis für dich. Das ist in Ordnung. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja, Träumchen. Entschuldigung, wir haben, ich glaube, in der Zeit, wo wir uns jetzt nicht gequatscht haben seit der letzten Folge, ich glaube, wir haben zufällig, unabgesprochenerweise, genau das gleiche bei Netflix uns übrigens angeguckt. Ich habe auf meiner Liste auch zu stehen, Dahmer. Du hast es, glaube ich, auch gesehen. Kann das sein, weil du hast es mir geschrieben. Ja, Dahmer. Erzähl mal, wie fandest du es Dahmer? Also kein Spoiler und so. Aber wie fandest du es denn grundsätzlich? Ich spoiler hier gar nichts. Ich fand es gut, aber auch wirklich nur gut, war leider ein bisschen lang gezogen. Man hätte es ein bisschen kürzer machen können, aus meiner Sicht. Also ein, zwei Folgen, vielleicht sogar drei Folgen, hätten es wirklich ein bisschen kürzer sein können. Ja, genau. War, ist auch meine Meinung. An sich wirklich sehr interessant, auch wie der Mensch gedacht hat und sowas in der Richtung. Aber trotzdem, ja, war ein bisschen zu lang. Also wer Dahmer jetzt damit nicht anfangen kann, Dahmer ist grundsätzlich, also geht es eigentlich um Jeffrey Dahmer. Das war ein Serienkiller in den USA, der Ende der 80er, Anfang der 90er gemordet hat. Elfmorde ist jetzt ein relativ bekannter Fall, deswegen ist die Story selber jetzt kein Spoiler. Der da in, ich glaube in der Chicago war das, meine ich mich zu entsinnen. Dort in der, in der Nachtclub-Szene, Schwulen-Szene hat er insgesamt elf Männer, junge Männer, vorzugsweise schwarze. du spoilerst wieder, Digga. Na, das ist nichts. Ey, komm, das ist so, als wenn ich sage, am 11. September, wenn der Film läuft, da stürzen übrigens drei Tömer. Okay, also insgesamt gut, wenn du soweit kommst, wenn du wirklich mit Fakten kommen willst, er hat 17 Morde gestanden und 16 konnte sie ihm nachweisen. Echt? Ich bleibe 11, habe ich gelesen, aber gut. 17 waren es. Es ist auf jeden Fall ein krasser Dude, dieser Typ gewesen. Also wirklich, wir reden ja hier nicht nur vom Serienmord, sondern auch vom Kannibalismus und ich finde diese Serie, ich habe die mir ja auch angeguckt, jetzt sind 10 Folgen, so 40, 45 Minuten oder so. Ich fand es wirklich gut. Also wie gesagt, ich bin der gleichen Meinung wie du, man hättest gerne zwei, drei Folgen weniger machen können, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil ich finde die Aufmachung der Serie nicht schlecht. Ich finde erstmal den Schauspieler, zwei Schauspieler, finde ich mega geil, die da mitspielen. Der erste, der in der Hauptdarstelle ist, ist dieser junge Richard Jenkins. Evan Peters, oder? Ist der Hauptdarsteller. Du hast recht, Evan Peters ist der Hauptdarsteller, sorry, und Richard Jenkins ist der Papa, der den Lionel da spielt. Evan Peters habe ich schon vorher gesehen, bei American Horror Story, da hat er schon in einigen Staffeln mitgemacht. Ja, und bei X-Men habe ich gesehen, hat er irgendwie auch mitgespielt und so. Genau, aber der ist schon ein bisschen rumgekommen. Ich finde den ganz gut als Schauspieler. Also ich, wie gesagt, ich habe den das erste Mal so wahrgenommen und, also ich fand es sehr, sehr spektakulär. Also kann ich, genauso wie Robert glaube ich, empfehlen, dann gehen da mal, wenn er mal Lust zu lauen hat, mal wieder auf so ein bisschen Psychogramm. Schön, schön, kann man sich, schön wenn es kalt wieder ist, schön in die Decke kuscheln, wie die dunkle Jahreszeit kommt, schön so eine Depri-Themen. Das ist immer gut. Und was machst du so heute? Na, ich gucke da mal. Ja, ja, genau, genau. Ah, schön, 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 schön. Übrigens Leute, wir haben heute, haben wir schon gesagt, den 1. November. Und ich würde Folgendes machen, Robert. Nein, heute ist der 1. November. Ach, Schiete. Gestern war Halloween, mein Lieber. Gestern war Halloween. Schiete. Also du kannst ja jetzt nebenbei noch mal schnell, mal reingucken, und zwar folgendes, oder nee, lass es sein, komm, wir machen jetzt einfach das, was wir haben, und dann ist gut. Also, wer den Podcast, wer den Podcast quasi noch nicht so oft gehört hat, wir haben immer diese Kategorie, wo wir immer so ein bisschen den heutigen Tag kennenlernen, gerade nach Retro-Perspektive, und mal gucken, was ist denn, weil dann habt ihr Smalltalk-Themen. Wenn ihr heute Abend noch, wenn die Folge rauskommt, geht heute Abend noch, schönen Drink trinken mit den Kollegen, dann habt ihr hier ein paar Smalltalk-Themen. Achtung, heute haben wir Geburtstag, Happy Birthday, Mario Barth wird 50 Jahre alt, der Mann, den wir in zehn Jahren ungefähr, wenn wir unseren Live-Podcast machen, im Olympiastadion, als Vorgruppe sozusagen, als Vorstand-Up, gerne mal auftreten lassen bei uns. Das ist Mario Barth, ja, 50 Jahre alt, Happy Birthday, Katja Riemer, wird heute 59 Jahre alt, und jetzt mal keine Person, sondern ein Fußballverein, Juventus Turin, wer kennt sie nicht, die alte Dame, wird heute 125 Jahre alt. Happy Birthday, auch dann geht nach Italien. Ja, ich habe zum Beispiel ein Datum, und zwar der 1. November 1973. Und zwar der jahrzehntelang erfolgreiche Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel hat Haselnüsse für Aschenbrödel, ich habe das richtig gesagt, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, hat in der Sowjetunion Premiere, das ist eigentlich ein Tschech... Nicht in der Sowjetunion, in Tschechien, genau. Achso, ist eigentlich ein tschechischer Film. Das ist ein tschechischer Film, der in Tschechien und in der DDR gedreht wurde. Achso, der jahrzehntelang erfolgreiche. Achso, die direkt bei der anderen. Boah, Alter, das Ding ist, der Film ist ja vor allem bei Mädels, bei Damen ist der super beliebt. Wie oft hast du diesen Film gesehen? Nie, ich habe den Film nie gesehen. Niemals. Ist der gut, kennst du den? Also, mir wird immer gesagt, ich muss den mit meiner Mama mal gucken. Der Film muss um den Glück geguckt werden. Und das Schlimme ist, das Schlimme ist, um den 24. herum kommt der, glaube ich, gefühlt 50 Mal auf zwei Kanälen oder drei Kanälen. Oh, da fällt mir gerade eine super Top 3 an, die wir irgendwann mal machen müssen. Top 3 Filme, die immer zur Weihnachtszeit laufen müssen. Wow! Stöp langsam, Kevin allein zu Haus und schöne Bescherung. So haben wir schon durch. So viel dazu, haben wir schon mal das Thema abgehakt. Also ganz ehrlich, ich habe mir für, heute vorher habe ich mir nichts weiter aufgeschrieben, weil der Rest war jetzt nicht so interessant. Wollen wir einfach überspringen? Na, na, unser ehemaliger Regierender Bürgermeister, Michael Müller, hat heute, nee, ach Quatsch, Entschuldigung, falsch geguckt. Falsch verbunden in dem Fall. Falsch verbunden? Falsch verbunden. Dann machen wir einfach weiter und zwar, die Aktion zum Gedenktage. So ein bisschen Kuriositäten, mal gucken, was gibt es denn so in der Welt. Eigentlich müssen wir mal ganz ehrlich sein, es sind eigentlich, wir gucken, was die Amis da drungen für komische Tage haben, wo so irgendwelche Fressalien feiern oder so. Sowas von immer. Ja, und da haben wir heute den Tag des Einhorns, das ist übrigens als international gekennzeichnet. Axel, komm, du möchtest auch gerne ein Einhorn sein, oder? Ja, unbedingt. Und ich habe mir am Wochenende habe ich mir gleich in den Kopf gestoßen, da war ich ganz kurz, war ich ein kleines Einhorn. An der Stirnseite. Habe mal reingeguckt, der Typ, der immer diese Rubrik da macht, wo der immer so schreibt, was das so für Tage sind, der hat auch keine Ahnung, was das ist. Der hat gesagt, ich habe geguckt, Tag des Einhorns, es ist einfach nicht belegbar, er weiß nicht, was das ist. Scheißegal. Noch viel unwichtiger als der Tag des Einhorns, oh, jetzt mache ich mir Feinde, ist der Weltvegantag. Der findet heute nämlich statt und da habe ich mal reingeguckt. Das ging übrigens darauf zurück, dass irgendwie 1994 hat eine Tierschützerin und eine britische Künstlerin wollte jemanden quasi ehren, das ist hier irgend so ein Guru, der hat den Donald Watson, der hat irgendwie diesen Begriff vegan irgendwie geprägt und das irgendwie Jahre, Jahre zuvor und deswegen ist das jetzt irgendwie der Weltvegantag. Der Weltvegantag. Apropos vegan, die ganzen, Entschuldigung, das ist zu sagen, aber Klimaaktivisten und Ökos und sowas. Was hältst du von diesen Aktionen, die jetzt immer durchgeführt werden? Hier so festkleben an der Straße, im Barbarini einfach mal ein, ohne Scheiß, ohne Scheiß, das muss ich mit dir diskutieren. Wer kommt auf die Idee, ein Kunstwerk mit Kartoffelbrei zu bewerfen? Das kann doch einfach nur ein Deutscher sein, oder? Das kann nur ein Veganer sein im Zweifel, würde ich mal was behaupten. Naja, also mein Kartoffelbrei ist nicht vegan, sondern ist vegetarisch, weil ich mache Milch mit rein und Butter. Okay. Ja, also die ganzen Aktionen, die da stattfinden, also pass mal, ich habe da zwei Seiten. Auf der einen Seite denke ich mir, ihr seid alle so behindert. Ihr habt alle keine Ahnung vom Leben. Sucht euch einen Job, sucht euch mal Hobbys, macht mal endlich was ordentliches mit eurem Leben. Fangt mal richtig was an. Wird auf, diese Kunstwerke kaputt zu machen. Also wie dumm kann man eigentlich sein? Wie dumm kann man sein, wirklich Kunstwerke in Gefahr zu bringen? Ich meine, die sind ja teilweise noch verglast, aber die Rahmen drumherum sind in der Regel direkt erreichbar, wo sie sich dann rankleben und wo sie dann ihre komische Gulaschsoße dran schmieren. Also ich habe da wirklich... Kartoffelbrei. Also ich finde, diese Aktion finde ich super bescheuert und die gehören für mich alle mal richtig schön in den Nacken geklatscht. So, jetzt hat mir natürlich wieder Feinde gemacht, aber jetzt kommt die andere Seite. Ich habe aber ein Stück weit Verständnis dafür, weil man muss schon ganz klar sagen, Klimaaktivisten, und jetzt, ich zähle sie jetzt mal dazu, das soll scheinen ja, die scheinen ja in erster Linie aufgrund des Klimas und so weiter da ran zu gehen, haben jetzt seit, spätestens seit Fridays for Future eigentlich eine Riesenbühne. Und du hast nicht großartig das Gefühl eigentlich, dass die wahrgenommen werden oder dass die ernst genommen werden. Oder anders gesagt, die wollen natürlich immer mehr, als die Politik in dem Moment schon macht und rausbringt und sagt. Und wenn du das Gefühl hast, irgendwann nicht mehr gehört zu werden oder du musst ja irgendwann einen Schritt weiter gehen, wenn du wirklich davon überzeugt bist und wenn du was verändern willst, dann sind diese Aktionen dahingehend wahrscheinlich irgendwo auch, ich sag mal, ich kann nachvollziehen, warum sie das machen, auch wenn es nicht gutheiße. Sagen wir es mal so. Kannst du damit leben? Kannst du damit leben mit der Antwort? Ja, ich kann damit leben. Definitiv. Ja, es ist halt so. Aber diese Aktion, selbst Greta Thunberg sagt selber jetzt, die ja natürlich noch vor ein, zwei Jahren geschrien hat, hier Atomkraftwerke und sowas, die runterfahren und sowas soll nicht mehr laufen, sagt heute selbst nie, lass die mal lieber laufen wegen Strom und sowas. Also das widerspricht sich aus meiner Sicht ein bisschen. Ja, natürlich widerspricht sich das, aber es sind natürlich auch andere Lagen, andere Situationen, die wir in dem Moment haben. Weil das muss man auch ein bisschen realisieren. Oder sagen wir mal, man darf es nicht unter den Teppich kehren. Das bin ich der Meinung. Das ist nochmal eine andere Zeit als vor zwei Jahren. Wir sind jetzt genug abgeschweift mit veganen Katholiken. Heute, übrigens apropos vegan und wir hassen vegan oder auch nicht vegan, wir lieben vegan vielleicht sogar. Heute ist der Tag der Kalzonen. Hast du nicht mal ein veganes Chili gemacht? Ja, habe ich. War aber voll, ohne Scheiß, das war damals echt die Verarsche pur. Aber ich muss sagen, es war saugeil. Ich habe das gefuttert, gefuttert und dann war Lena da. Ja. Und Lena hat sich auch Chili geholfen. Und ich wusste gar nicht, dass Lena Vegetarierin ist oder Veganerin. Setz dich da hin und dann wird sie gefragt, du sag mal, du bist doch Veganerin und warum isst du jetzt das Chili? Und dann haust du raus, ja, das ist vegan, das ist alles vegan, Fleisch und so. Ich saß, wirst du so, also dafür schmeckt sie schlecht. Also es hat wirklich gut geschmeckt. War auch nicht ganz meine Idee. Aber ich habe gesagt, okay, komm, machen wir das. Wir waren damals noch im Reformhaus gewesen und haben für wahnsinnig viel Geld so eine Ersatzprodukte da. Ja, wahnsinnig viel Geld ausgegeben für so eine scheiß Ersatzprodukte. Das war dein 30. oder? Ja, das war mein 30. damals. Aber das stimmt, das hat schon geil geschmeckt, aber man muss, also das Chili selber hat einfach geil geschmeckt, weil das Grundrezept einfach gut war. In dem Fall ist es aber, glaube ich, so, wenn du da wirklich so viele verschiedene Sachen, das ist so tomatisch und chilihaft hast, dann ist es fast nicht egal, aber fast egal, ob du da jetzt noch wirklich Hackfleisch drin hast, was du durchgebraten hast oder durchgeschmort hast, wie auch immer, oder irgendein Ersatzstoff. Die Säfte. Die Säfte, Axel. Ja, die Säfte. Aber ich kann mich noch ganz gut an diesen Abend erinnern, das war zum einen, wo ich Mischeverbot bekommen habe. Da geht es nie los. Und Axel hat seinen weltbesten Nudelsalat gemacht, den man machen konnte. Und Kartoffelsalat. Und Kartoffelsalat. Den Nudelsalat, ich glaube, den hast du einmal ganz kurz aufgemacht, danach nie wieder. Das war wirklich krass. Also, der Nudelsalat, ich meine mich zu, ja, keine Ahnung, einer von beiden. Ich glaube, der Kartoffelsalat oder so. Nee, 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 es war der Nudelsalat. Ich glaube, da hast du sechs oder sieben Knoblauchzehen rangemacht. Das hat so gestunken. Wir haben den ja irgendwie am Tag vorher schon gemacht. Zwei große Pötte, einmal Kartoffelsalat, einmal Nudelsalat. Und da war wahnsinnig der Knoblauch drin. Und wir haben den ja dazu gemacht mit so einem Deckel, so luftverschlossen. Abo hat das durchgezogen, Alter. Ja, so hat man das Ding aufgemacht. So eine Welle von Knoblauch kam entgegen. Ey, das war wirklich krass gewesen. Aber es war, am Tag später habe ich es ja dann noch mal probiert. Also, ich habe es versucht, noch mal zu probieren. Es war vom Prinzip lecker, aber es war nicht genießbar. Es war einfach viel zu viel Knoblauch. Um Gottes Willen. Naja. Du hast daraus gelernt, oder? Ja, so ein bisschen. Mit Knoblauch wird nicht alles gut. Aber das meiste. Zum Beispiel Calzone. Heute ist nämlich der Tag der Calzone. Natürlich in den USA. Und wer hätte es gedacht, als wir haben mal ein Restaurant gewesen, die hatten ein 40-jähriges Überlebnis und haben gesagt, na, jetzt tragen wir uns aber ein hier in die Geschichtsbücher und machen jetzt den Tag der Calzone. Na, Happy Birthday. Das ist doch schön. Und heute ist der Tag der Schriftsteller natürlich auch in den USA. Erklärt sich, glaube ich, von selber. So, damit haben wir den Tag. Nimm mir doch mal einen Schriftsteller aus Amerika. Oh, okay, gut. Das ging schnell. Es ging zu schnell für dich jetzt, oder? Hast du was gelesen? von Stephen King? Ich habe nichts gelesen, aber ich habe ganz viel gesehen von dem Mann. Ja, siehst du? Ja, ich habe es gelesen. Sehr lang gezogen. Sehr lang gezogen. Na, siehst du. Übrigens, wir hatten es beim letzten Mal schon angedeutet, jetzt während der Zeit, wo wir jetzt nicht mehr aufgegangen sind, seit der letzten Folge, was erzähle ich dir, war ich beim Konzert gewesen. Backstreet Boys. Ja, genau, Backstreet Boys. Backstreet's back. All right. Da habe ich dir ja geschrieben, ich brauche Videos, ich brauche Videos davon. Und du hast sie bekommen. Ich habe Content bekommen, Leute, Content ohne Ende voll geil. Das, was ich gesehen habe. Aber, ich war nicht da, ich habe nur die Videos gesehen. Axel, komm, hau raus, ich halte jetzt sogar die Klappe und raus. Was, was, wie war es? Also wir hatten Tickets gehabt für den Innenraum und zwar, wenn man sich jetzt so vorstellt, also in einer Mercedes-Benz Arena war das, der Innenraum, jetzt mal von der Bühne ganz weg, abgesehen, ist ja dann irgendwann so dieser 10x10 Meter da irgendwie, wo die da ihre Kameras haben und den Tontechniker. Und direkt davor hatten wir uns positioniert. Ja, der Sound von da unten war so lala, war sehr basslastig und so, aber egal, gut, ist dann eben so der Innenraum. Aber hat mega Spaß gemacht. Die haben, ja gut, natürlich die neuen Songs und so, dies, das macht dann eben so nur halbwegs Spaß, aber es ist schon krass, bei den Backstreet Boys, es ist einfach so, wir, also ich jetzt zumindest und die Crowd, mit der ich da war, mit den Leuten, wenn du einfach 50% der Songs singen kannst, das ist, also wann hast du denn das mal? Außer du jetzt bei den Ärzten vielleicht so, aber das ist schon extrem so und das hat mega Spaß gemacht. Ich musste mir noch ein bisschen Kritik anhören, weil ich wohl ein paar Minuten zu lange mich mal von der Gruppe entfernt hatte, weil ich hatte irgendwie Bock, mir mal in einen anderen Block zu gehen und da nochmal ein bisschen zu gucken. Da habe ich von der Ecke nochmal ein paar Aufnahmen gemacht. Mir wurde vorgewerfen, ich war das halbe Konzert gar nicht bei den Leuten, also das halte ich für ein bisschen übertrieben, aber ja, stimmt schon, ich hatte mir zwei, drei Auszeiten gegönnt, wo ich gesagt habe, ich will mal hier mal ein bisschen rumgehen und mal aus der Ecke mal das Konzert mir angucken und da, weißt du ja, in der Mercedes-Benz Arena, da kannst du ja durch den Umlauf, bist du ja ratzfatz, bist du da an jeder anderen Ecke irgendwie und war schon wirklich, wirklich geil, hat Spaß gemacht, die Jungs haben es wirklich noch drauf, muss ich sagen, wirklich noch drauf und nur für euch habe ich mal einen ganz kurzen Ausschnitt, dass ihr mal so ein bisschen Feeling bekommt, wie es da lief. Achtung! Na ja, also, ja, das war einer der Songs, einer der Songs, den, glaube ich, jeder irgendwie mitsingen kann, also es hat mega Spaß gemacht und ich weiß hundertprozentig, wenn die Jungs wiederkommen, wir werden wieder versuchen, an Tickets zu kommen, es hat echt Spaß gemacht, weil du hast den ganzen Abend, du konntest die Songs einfach mitsingen, die Leute waren nur drauf, ey, da waren wirklich ein paar Freaks dabei gewesen, ey, ich musste mir an, ich musste mir rüber, ich bin dann irgendwann, war ich dann auf, ja, Oberrang da irgendwie, also nicht ganz Oberrang, aber mich da irgendwo hingestellt, hab ein bisschen gefilmt, hab mir das mal kurz aus der Ecke angeguckt, da kommt so ein Typ auf mich zu, der war sowieso ein bisschen durch gewesen, ich weiß nicht, der hat ganz, ganz freakisch getanzt und hat nur scheiße gelabert, ähm, ja, ja, so ungefähr, so wie du gerade hier hampelst in der Kamera, ähm, dann kommt der da auf mich zu, stupft mich so an und sagt, ey, aber wie alt bist denn du? Weil ich da bei dem einen Song so ein bisschen mitgesungen habe, war ich so, ja, ja, kennst du ja den ganzen Scheißjahr nicht, war ich, aber es ist trotzdem schön, dass du da bist, ey, guck ihn an, was, das wird dir nicht richtig, das ist ja bei dir nicht ganz klar, der Typ war selber, der sah aus wie 38, okay, aber dazu muss man wirklich sagen, Axel ist einer der größten Backstreet Boys Fans, und sie es gibt. Naja, also im Dunstkreis von Roberts Leuten, sagen wir es mal so, das stimmt auf jeden Fall. Nein, das hat mega Spaß gemacht. Backstreet Boys, Beste und werde ich definitiv wieder dabei sein. Beste. Beste, Beste, Beste und ja, ich war dann jetzt im Urlaub gewesen, in Dänemark mit Brüderchen, mit Papa, mit Schwiegerin, naja, so groß ist es gar nicht. Im Endeffekt, wir waren, wir sind da hingefahren, wir hatten uns wirklich sehr, sehr, sehr schönes Haus, hatten wir uns in Blavand organisiert, und das ist so an der Nordseeküste, und das Haus hat halt alles, was du brauchst, und was du nicht brauchst vor allem. Ein riesen Pool, zwei Sauen, zwei Badezimmer, ich glaube fünf Schlafzimmer, Außenpool, so ein Jacuzzi nennt man das, glaube ich, weiß ich nicht, aber da ist die drin. Wir hatten einen kleinen Fitnessraum gehabt, eine richtig große amerikanische Küche, pick fine, also es hat an nichts gefehlt, du hast in jedem Raum einen Fernseher gehabt, wo du dich schnell mit deinem Handy verbinden konntest, und dann irgendwie spiegeln konntest, oder da YouTube, oder was auch immer, machen konntest, und dahingehend warst du, was das angeht, top versorgt, und wir hatten mega Spaß, wir hatten zum Glück bei mir ganz, ganz wenig Fisch, also ich habe gar keinen Fisch gegessen. Ja, du bist hier generell kein Fisch-Fan, ne? Bin kein Fisch-Fan, überhaupt nicht. Aber eigentlich, bevor du hier weiterredest, die eigentlich wichtigste Frage ist hier, die alle wissen wollen, wo sind meine Autos? die sind hinter mir, im Kühlschrank. Ja, muss ich vorbeikommen. Du kriegst auf jeden Fall noch ein kleines Care-Paket von mir, und, ne, aber ganz, ganz niedlich, wirklich ganz niedlich. Ich mache Samstag, Früh oder Vormittag, meinen Briefkasten auf, und sehe da so, was ist das denn, was ist das für eine Schrift? Dreh so um, und dann hat mir der Axel eine Briefkarte geschickt, aus dem... Auch Postkarte genannt. Ach ja, Briefkarte, ja genau, Postkarte. Das war echt toll von dir, vielen Dank. Sehr gerne, mein lieber Schin, ich habe dich gern. Ja, und ich war super kreativ. Hast du die da? Weißt du noch, was ich auf die Briefkarte schriebe? Nee, ich kann sie ganz kurz holen, wenn du willst. Huch mal, huch mal. Huch mal ganz kurz. Ja, mach mal, guck mal. So, jetzt werden wir mal gucken, wie kreativ der Axel Bell in Postkarten schreiben ist. Der Axel hat nämlich folgendes, wenn der in den Urlaub fährt, hat er mittlerweile den Trend wieder für sich entdeckt, ey, da gehört einfach irgendwie eine Postkarte dazu. Habe ich jetzt auch auf Arbeit, ich habe sie alle in Verpflichtung genommen, die Kollegen sagen, ey, wenn ihr ins Ausland fahrt in den Urlaub macht, ich erwarte eine Postkarte hier fürs Büro oder so. Bin dann aber so, dass ich, wenn ich dann da sitze, ich mache das innerhalb der ersten 24 Stunden meistens, ja, ich bin dann jetzt nicht so super kreativ. Das wird der Robert ja jetzt gleich vorlesen, wie kreativ ich da bei ihm war. Mal gucken, was er gleich sagt. So, Robert hat die Zeit genutzt, hat nicht nur die Postkarte geholt, sondern hat auch mal schnell sich was in seinen Mund gelegt und kaut drauf. Das kann gar nicht sein. Was habe ich da geschrieben? Ich weiß es gar nicht mehr, aber es war super kreativ. Hey, hey Rob mit Y. Hey Rob, aber hey. Ich grüße dich und küsse deine Augen. Grüße Axel. Aber, aber dazu muss man, Axel, eine Frage habe ich wirklich noch an dich. Dieser Kringel, der da an der Seite ist, lass mich raten, du hast da den Kugelschreiber getestet, ob der schreibt, oder? Nein, das ist der Ort, wo ich Urlaub gemacht habe. Aha, der heißt O. Er heißt O, genau, er heißt O und das Dänische heißt so viel wie Blaband. Naja, da haben wir auf jeden Fall Urlaub gemacht und ja, war eine schöne Zeit wieder, hat Spaß gemacht. Wir sind ja sowieso als Familie sehr Dänemark-affin, waren ja schon in der Jugend und so ziemlich oft gewesen. Letztes Jahr dann auch mit Mütterchen, dieses Jahr mit Papaschen, nächstes Jahr vielleicht mal ohne Elternteil, mal gucken, wie wir das machen und es ist immer wieder schön und immer wieder eine Erfahrung wert. Und Robert, du hattest ja, oder wir hatten es wieder das Thema gehabt hier von wegen, selbst in Griechenland und so kannst du ja überall da mit Kreditkarte zahlen und so. Genau. Da meintest du, glaube ich noch, na guck mal, selbst in Dänemark kannst du wahrscheinlich überall mit Kreditkarte und so zahlen und ich hab ja noch gesagt, Dänemark ist ja auch ein super modernes Land, ist es ja auch, aber nein, auch Wurstbuden dort kannst du nicht mit Kreditkarte zahlen und ich konnte leider in der ganzen Woche keinen GZS gucken. Ich konnte das nicht streamen, weil, ich weiß nicht, also RTL Plus hat da irgendwie so eine Sperre eingebaut. Ich hab ja dann irgendwie VPN, dass ich dann in Deutschland bin und so. Der hat erkannt, dass ich in Dänemark bin, das Schwein. Dann hast du es falsch gemacht. Ach so, okay. Naja, so ist das einfach. Red auch mit mir. Alter, da war übrigens, wir waren dort in Havide Sande nennt sich der Ort. Das ist so ein kleines Fischeröhrchen da. Da am Ringkopingfjord und naja, wir waren dann eben in diesen Fischladen, also die anderen waren drin, ich war nur kurz drin, weil das ist halt nicht ganz so mein Thema und da sind wir auf der anderen Straßenseite in so einen Outdoorladen reingegangen und mein Bruder und ich, weißt du, wir ticken ja relativ gleich an vielen Stellen. In einer Ecke da sehen wir so eine schöne, ja, was ist das, so eine Windbreaker-Jacke und so und durch Zufall wirklich, wir greifen beide die gleiche und sagen, boah, ist die geil. Ziehen die beide an, sind super zufrieden, gucken, rufen, dann hat die irgendwie fast 300 Euro gekostet, aber jetzt war ich nicht krass oder so, das war jetzt auch nicht Jack Wolfskin oder so, weil so ein Scheiß trage ich, nicht? Aber wir beide schon, okay, das zahlen wir jetzt nicht, haben wir jetzt, also so geil ist sie dann doch nicht, auch wenn sie sehr gut passt und dann geht mein Bruder um die Ecke und sagt, ach übrigens, hier ist eine Jack Wolfskin-Jacke für 800 Euro. Ich so, what? 800 Euro? Wer zahlt denn 800 Euro für eine Jacke? Meine Güte. Bonzen. Bonzen. Bonzen, nee. Bonzen. Ansonsten, Dicker, was hast du noch so erlebt die letzten zwei Wochen? Gab es irgendein Highlight? Hast du irgendwas schönes? Du warst, letztens habe ich gesehen, habe ich das jetzt richtig in Erinnerung, Gregorisch oder so essen? Georgisch. Ja, Georgisch. Georgisch, Gregorisch. Bei Tamada, oder so hieß der Laden? Tamada, genau. Sehr, 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 sehr gut. Auch in Potsdam wieder gelegen. Sehr lecker. Leider haben sie uns die Tageskarte nicht empfohlen, weil da war eigentlich mehr drauf, aber wir haben uns was aus der normalen Karte geholt. Uff, sag ich dir, uff. Da waren die Augen wieder größer als der Magen. Oh, okay. War aber sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Also ich war mal in Hamburg, war ich mal Georgisch essen. Das war auch sehr lecker, muss ich sagen. Hat das Spaß gemacht. War leckerino. Und ja, sehr schön. Übrigens, wir haben jetzt mal Anfang der Staffel hier, hatten wir über das potenzielle Jugendwort des Jahres geredet. Oh, hör mir auf. Ich hab's gelesen. Wir hatten ja überlegt, was könnten das Jugendwort, wir hatten ja dann die Top Ten davor gelesen, die zur Auswahl standen. Jetzt ist das Jugendwort des Jahres gewählt. Und was ist es, Robert? Weißt du es noch? Smash. Smash. Was du? Okay, erklär es mir. Erklär es mir ohne Scheiß. Ich smashy meine oder ich knally meine oder was bedeutet das? Das hat es genau. Ich würde auch vermuten, vom Smaschen, wenn jetzt einer zu mir sagt, oder zu mir sagt, ey, smash sie, smash ihn, wie auch immer, würde ich denken, alles klar, ich sollte hingehen und ihm eine reinhauen oder so. Nein, damit ist gemeint, dass du jemanden abschleppen sollst. Mit jemandem Sex haben sollst. Sex, Busen sehen und so. Das heißt wohl in der Jugendsprache, das heißt wohl in der Jugendsprache jetzt, Smash. Also, Robert, wenn, 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 also Smash. Mach dich ran und knall die, Los hier, Alter. Geflext wird hier. So, das ist auf jeden Fall mit Jugend. also heute heißt das bestimmt auch wieder ganz anders. Hups, jetzt mir meine Maus runtergefallen. Aber Jugend, also vor allem, was ist denn das für ein Jugendwort des Jahres? Ich meine, das soll ja wohl von den Jugendlichen auch gewählt werden. Das scheint ja wohl so zu passieren. Aber gibt es da nicht irgendein Gremium oder irgendwas, die sagen, jetzt mal ohne Scheiß, so ein Wort wollen wir da nicht drin haben? Also. Ja, wir sitzen ja nur solche Leute da drin. Ach so. Du meinst, dass da. Ich suche, ich suche ganz kurz, ich muss mal kurz Pause machen, ich suche meine Maus. Ja, Robert, deine Maus, weiß ich nicht, wo ist denn deine Freundin? Im Wohnzimmer. Was ist denn das? Wo ist denn diese Scheißmaus? diese Buche? Nein, war ein Spaß, ein Kommt wirklich war ein Spaß. Ja, Leute, ihr merkt, das ist ja heute eine Folge, die ist ein bisschen, also ich werde auf jeden Fall ein bisschen nachschneiden müssen. Das ist, da haben wir so viele Pausen währenddessen drin irgendwie. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Muss ich mich einfach mal für entschuldigen. Und ist eben so. Lebt einfach damit. Robert, also ich beschreibe mal, was ich sehe. Robert tänzelt gerade durch seinen Flur, krabbelt unter seinem Tisch. Jetzt hat er wohl irgendwas entdeckt. Jetzt hat er irgendwas entdeckt. Jetzt krabbelt er unter den Tisch. Nee, macht er nicht. Hat er seine Maus entdeckt? Da hat er sie. Mann, was ist das heute für eine Folge? Ja, das habe ich auch gerade gesagt. Irgendwie ist es heute ein bisschen, ich muss ein bisschen schneiden danach. Hab meine Maus gefunden. Ja, also geht's dir gut? Die soll ja beim Schneiden nicht langweilig werden. Ja, definitiv. Könnte ja auch einfach gehen, ne? Könnte ja auch einfach gehen, genau. Robson, hast du Bock auf Top 3? Ähm, warte mal ganz kurz. Warte mal. Ja. Ich würde gerne nachher noch ein anderes Thema anschneiden, und zwar Filme. Da habe ich nämlich ein paar in der letzten Zeit gesehen, die würde ich gerne mal mit dir besprechen. Die droppen wir am Ende der Folge auf jeden Fall. Jetzt aber erstmal. Top 3 Die Stars Ananas Sei dabei Top 3 Feel free Mit Robert und Axel Und vielleicht noch jemand anderem mal gucken Nope. Mit uns beiden mich es heute vorlieb nehmen. Ich mal. Nur mit uns. Wir haben eine Top 3, die haben wir an die Zeit angepasst, Robson. Und zwar, welches Thema haben wir? Dinge, auf die wir nicht verzichten können, auch wenn sie teuer werden. Ja, genau. So kann man es aufschreiben. Also, der Gedanke, der Gesicht war einfach gerade geil. Ich habe gerade echt überlegt, so, ich habe Antworten, aber für was? Also, der Hintergrund war quasi das, was wir gesagt haben, pass mal auf, wir sind ja momentan in einer Phase, wo irgendwie alle so arschteuer wird, aufgrund der Umstände in der Welt, die wir einfach gerade haben. Und da haben wir uns mal die Frage gestellt, was sind denn so die drei Dinge des Alltags? So ganz klare Produkte, wo wir sagen, also ganz ehrlich, das ist das Letzte, da wollen wir als Letztes sparen einfach. Da wollen wir am meisten Wert drauf. Und Rob, ich bin mal gespannt auf deine Nummer drei, bitte. Meine Nummer drei, Moment, ich muss ganz kurz Notizen öffnen. Okay, meine Nummer drei, Axel, du weißt, ich bin ja hier der Fachmann für IT und sowas. Das bist du definitiv. Pass auf, pass auf. Ich sage Technik, aber ausgenommen davon sind PCs. In der letzten Zeit habe ich nämlich mitbekommen, wie scheiße teuer PCs geworden sind. Weißt du, vor 15 Jahren hast du noch 500, 600 Euro ausgegeben. Da hast du wegen noch einen PC gehabt. Geil, voll cool. Jetzt musst du mindestens 2.000 bis 3.000 ausgeben, damit du eine Mittelklasse bekommst. Wenn du noch höher gehen willst, musst du mindestens 5.000 bis 6.000, ein Kollege hat jetzt 7.000 Euro ausgegeben. Aber gut, das heißt ja jetzt, dass du, achso, du hast ja gesagt, ausgenommen PCs, also Technik allgemein, außer bei PCs, weil die eben jetzt so teuer geworden sind. Richtig, genau, genau, genau. Aber mach doch mal, mach doch mal, kannst du jetzt mal, Technik, ja, das ist halt, also ja, okay. Also ich würde mir definitiv immer mal wie eine Maus kaufen oder sowas. Ja, ja, okay, ja. Oder eine neue Konsole, die ja bald ansteht bei mir. So, und da würdest du definitiv nicht sparen. Also selbst wenn jetzt, sagen wir mal, ich weiß nicht, die Xbox oder was ist der Geier was? Und du mit einmal durch Krieg und allem drum und dran, ist die wirklich nochmal 300 Euro teurer, würdest du sagen, nein, das ist mir wert, ich will die ja trotzdem haben. Und deswegen würde ich das ausgelöst ausgeben. Jo. Okay, alles klar. Ja, sehr schön. Okay, okay, okay. Okay. Äh, 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 bei dir? Bei mir, bei mir auf Platz 3 ist, und das sind mehr so Prinzipien Sachen hier bei mir, äh, bei mir auf Platz 3 ist alles im Bereich um Deo, beziehungsweise um hier so öde Toilette und so weiter. Sprich, wie ich durfte, ja, also Körperhygiene, könnte man jetzt im Allgemeinen sagen, aber gerade diese Produkte insbesondere. Okay, also ohne Scheiß, dadurch, dass wir das schon mal hatten, dieses Thema, äh, Deo und Duschen und so was, bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass wir das selber mit reinnehmen, weil, äh, für mich ist das völlig normal, ist mir scheißegal, ob ich da für ein Duschbad 2,50 bezahle, weißt du, für mich ist das normal, da, 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 ja, das ist genau, das ist das Ding, naja, man könnte ja auch sagen, okay, ich nehme halt jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, nehme ich halt das günstigere Duschbad, gehe auf einen anderen Duft, weil der eben, äh, weißt du, so, vielleicht einen schlechteren Duft aus meiner Sicht, in meiner Wahrnehmung, aber der ist halt günstiger und so. Und das würde ich eben nicht machen, weil ich habe meine ganz klaren Düfte, äh, womit ich mich hier einschmiere und parfümiere, wie auch immer, da würde ich wirklich, äh, sehr ungern drauf verzichten, deswegen ist das bei mir auf Platz 3, weil ich sage, das ist eine Konstante, weil, ich will nicht stinken, aber man kann auch mit Deo stinken, finde ich, wenn das einfach nicht gut ist. ja, das ist meine Meinung. Alles gut, gut, sehe ich ein, aber wie gesagt, für mich, also, für mich war das generell schon, wo ich sage, da spare ich nicht, überhaupt nicht, da gehe ich auch nicht auf das günstigere. Ah, gut, so, deine Nummer 2, mein Lieberchen. Meine Nummer 2, ähm, ist für mich eigentlich, ja, wie soll man sagen, kann man nicht lebensnotwendig sagen, aber es für mich schon muss sein, und zwar, äh, habe ich das zusammengefasst, als Nahrung, und zwar Wurst und Wasser. Wurst und Wasser. Du würdest an Wurst und an Wasser nicht sparen. Richtig. Also ich zum Beispiel, pass auf, muss ich dazu erklären, also Wurst, ich bin gerne Wurstesser, ist mir egal, ob die das jetzt erhöhen oder nicht, Wurst muss sein. Naja, ja, warte doch mal, jetzt muss ich doch mal nachfragen. also, du hast ja dann deine bestimmten Marken, äh, die du ja immer in der Regel, du wirst ja nicht jeden Tag, nehme ich jetzt mal an, weiß ich nicht, aber du wirst ja nicht. Ich jetzt nur Salami. Nein, Quatsch. Ja, ja, aber du hast doch wahrscheinlich auch da deine Lieblingssalami, die du dir immer einkaufst. Ja, genau. Ist das jetzt immer die Billigste oder sagst du, nee, das ist nicht die Billigste. So, jetzt ist nämlich die Frage, das ist ja damit verbunden, äh, wenn jetzt aber die teurer wird oder dein, dein Gehalt wird geringer oder wie auch immer, du hast weniger Geld jetzt, würdest du dann sagen, jetzt gehst du da auf die Billigsalami rüber? Nö. Also zumindest sehr, sehr spät, deswegen bei dir auf Platz zwei, da macht es Sinn. Genau. Und, äh, Wasser, Wasser in dem Fall, ich, äh, mag das Wasser aus den, äh, äh, Wasserhahn gar nicht trinken. Ist nicht, schmeckt mir. Schmeckt mir nicht. Wirklich. Ist so. Deshalb kaufe ich mir das Wasser. Okay. In Flaschen. Oh, das ist aber teuer, das ist, äh, kommt drauf an, aber ich, ich habe mir jetzt eine Sorte Bad Liebenwerder, das ist echt lecker. Und dafür werde ich nicht bezahlt, dass ich das gerade gesagt habe. Okay, alles klar. Ja, sehr schön. Okay, alles klar. Also ich, äh, mach da mal weiter mit meiner Nummer zwei, die geht in was ähnliches, wie gesagt, Wieland ist in dem Fall ein ganz konkretes Produkt. Und zwar ist das, äh, ich trinke zwar davon jetzt schon eine ganze, eine ganze Weile echt wenig, ist gar nichts mehr, außer wir sind mal irgendwie in der, in der Kuba oder irgendwas. Und zwar ist es die Cola. Äh, bei der Cola würde ich aus Prinzip einfach nicht einsparen. Also dahingehend jetzt nicht, dass ich sage, ich weiß nicht, ich will ja, hab jetzt Bock auf Cola, äh, würde deswegen sagen, okay, ich gehe jetzt statt auf Coca-Cola, weil die eben gerade zu teuer ist für meine Verhältnisse, hol mir so eine Ja-Cola oder sowas. Um Gottes Willen. Ich habe einmal in meinem Leben den Fehler gemacht und habe mir, ich sage es ganz ehrlich, weil das ist so ein Scheißprodukt, äh, von Ja kennt man ja diese Firma, Diesel-Cola. Alter, ich habe fast gekotzt, so scheiße schmeckt die. ist genauso wie diese Freeway-Cola von Lidl, die ist genauso. Ist die auch so schlimm, ja? Die ist genauso schlimm. Um Gottes Willen, also man, Coca-Cola, gut, dieses Rezept ist natürlich wahrscheinlich sehr einzigartig, nehme ich mal an, aber der Versuch schon, also entweder man trägt Coca-Cola, also von Coke, Coke, äh, Coke, wie auch immer, das andere ist für mich keine Cola. Das ist irgendeine braune Suppe. Okay. Schmeckt einfach nicht. Also es kommt drauf an, ich zum Beispiel würde noch Fita-Cola trinken, die ist lecker. Ja, mein Bruder zum Beispiel, der mag auch sehr gerne Club-Cola, so nach alten Ost-Zeiten. Aber das ist, das ist aus meiner Sicht immer noch so, so Markennamen, aber sowas wie du meinst, Ja oder sowas, wo sie dir, äh, wahrscheinlich noch Geld bezahlen, dass du das Zeug trinkst. Kriegst du gleich noch einen Zettel hinterher, so berichten sie mal anschließend, wie es ihnen ging, wie war denn der Stuhl und so, naja. Ich hab, ich hab, äh, wo du bei Cola warst, ich hab letztens mal eine, ähm, Cola Zero Cherry gekauft. Mhm. Scheiße war die süß. Wow, das war so widerlich. Coke Zero Cherry, okay. Ja, total widerlich. Da würde ich lieber auf Dr. Pepper nochmal umsteigen, die ist wegen, ist noch geil. Aber da sprichst du was an, also ich, äh, also ich meine, bei mir, wie gesagt, ich geh immer von dem Bereich Coke aus, also Coca-Cola, diese Firma, das ist für mich der Standard einfach. Die ganzen Variationen da drin, da muss ich ja schon, hab ich irgendwann hier in der Podcast auch schon mal erzählt, ähm, vor ein paar Jahren hatte ich dann irgendwann auch mal probiert, dieses Coke Zero Kram und so, das hat überhaupt nicht geschmeckt. Ähm, jetzt seit einer, seit einer gewissen Zeit, ähm, also ich trinke mittlerweile eigentlich fast keine richtige Cola mehr, äh, außer wie gesagt, wenn man es jetzt irgendwie mit Havana mischt oder so. Ansonsten trinke ich, ähm, also mittlerweile, wenn dann so eine Coke Zero Tatsache, Vanilla oder normal Coke Zero, ich muss schon sagen, also die haben ja irgendwann, haben so letztes Mal irgendwie auch, stand ja da als Etikett noch drauf, mit einer neuen Rezeptur und so, alter Respekt, das ist nicht bei 100%, aber ich würde schon sagen, bei 90% vom ursprünglichen Gesamt. Das ist mir auch aufgefallen, ich hab letztens eine Coke Zero getrunken und hab gedacht, wow, also es kommt schon näher ran jetzt. Die ersten paar Jahre, wo es Coke Zero gab, ich fand den Nachgeschmack total widerlich. Aber jetzt kommt es langsam. An sich war das gut, aber nennen wir Nachgeschmack. Das war so, blech. Ja, da bin ich voll bei dir, also deswegen bei mir auf Platz zwei, ganz klar. Die Cola ist bei mir von Coca-Cola. Rapsi, ich bin gespannt auf deine Nummer eins, weil jetzt kommt das Produkt, das Ding, wo Robert als allerletztes den Sparstrumpf oder wie auch immer ihn da anziehen würde. Sprit. Sprit? Sprit, Benzin. Okay, also, aber damit hast du jetzt nicht gerechnet. Du guckst gerade so, aha, Robert hat sich gar keine Gedanken über die Top 3 heute gemacht. Das machst du ja sowieso selten, aber Mensch, hab mir heute noch fünf Minuten vor der Aufnahme Gedanken gemacht. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Nein, ich mag mein Auto, deshalb fahre ich gerne, deshalb stört mich das nicht. Verstehe ich. Ja, natürlich, natürlich, also ich sag mal so, natürlich jetzt zu den Spritpreisen, die sind natürlich etwas hoch, aber natürlich sage ich auch, das kann immer wieder kommen, das kann auch bei deiner Cola oder so kommen, dass der Liter irgendwann mal fünf Euro oder so kostet. Natürlich, dann sage ich, sag mal, spinnt ihr noch richtig? Nee, danke, dann, dann nee. Aber jetzt, sag ich ganz ehrlich, wenn das Ding noch 250 kosten würde, würde mich jetzt auch nicht stören. Okay, also dafür hast du es einfach zu gern, zu lieb, fährst du gerne Auto. Ich fahre zu gerne weg, das ist die Sache. Okay, kann ich da angehend nachvollziehen, weil das ist dann eben auch so ein Prinzipien-Ding. Genau. Wie bei mir ähnlich. Entschuldigung, aber war gar die Cola. Können wir, ey, ohne Scheiß, wir nennen heute einfach mal die Folge heute Pannenshow. Die Pannenshow. Die Pannenshow. Die Pannenshow mit Robert und Axel. Ja, perfekt. So nennen wir sie. Dies, das Ananas, Folge 51, die Pannenshow mit Robert und Axel. Sehr gut. Ah, herrlich. So, dann würde ich zu meiner Nummer 1 kommen, oder? Ja, mach das. Ich habe eine Frage an dich, bevor ich dir sage, was glaubst du, du kennst mich ja nun auch ein bisschen, was glaubst du, ist bei mir auf der Nummer 1. Wow, Coke hast du schon genommen. Eisbären gießt du so gut wie kaum noch. Deck mal ein Alltag, ein Alltagprodukt. Döner? Gibt es in der sogenannten Kaufhalle? Nein. Warte mal, in der Kaufhalle? Okay, die ist groß, die ist groß, okay. Komm, du hast noch einen Versuch. Okay, noch ein Tipp? Hygiene. Deo. Hatten wir schon, mein lieber Schirm, von daher ist das nicht ganz so richtig. Bei mir auf Platz 1, das ist das Letzte, wo ich sparen würde, wo ich als allerletzt wirklich den Strumpf da anziehen würde, oder zuziehen würde, ist das Klopapier, mein Lieber Schirm. Oh Gott. Wo soll ich das ganze Klopapier jetzt hinpacken? Ich habe keine Ahnung. Da lege ich richtig Wert drauf. Also ich habe vor, weiß ich nicht, jetzt drei, vier Jahren oder so, vielleicht waren es noch fünf, habe ich irgendwann mal, weil es gab nichts mehr anderes, dann irgendwie die andere Scheiß war weg gewesen und dann dachte ich, okay, dann nimmst du das eben. Und das war, Alter, das ist wie eine Offenbarung. Ich stelle mir das gerade so vor, ohne Scheiß, ich stelle mir das gerade so vor, du gehst in den Laden, okay, es gibt nur noch fünflagiges Kacke, gut, nimmst du dir, setzt dich auf Klo, hast dein Johnny abgeseilt, weißt du, und dann nimmst du dieses Klopapier und dann wischst du da hinten lang, Leute, stellt es euch einfach vor, wie Axel das macht und dann so, diese Offenbarung, dann kommen diese Chöre so, Genauso musst du dir das ungefähr vorstellen, das war eine kleine Offenbarung, also nein, also Klopapier wirklich, ich bin mittlerweile Team fünflagig, ganz klar, davon rücke ich als allerletztes ab und das ist meine, also es ist aber nur ehrlich, das ist eine sehr persönliche Sache hier. alles gut, verstehe ich auch, das ist dein Ding, also Klopapier, das ist mein Ding, das ist dein Ding, wenn ich irgendwann mal, keine Ahnung, keine andere Sau nimmt fünflagiges Klopapier, ich glaube, du bist der Einzige, der das nimmt. Wenn ich irgendwann mal sterben sollte, weißt du, auf der Beerdigungsfeier dann, wenn da vorne eine kläre Rede gehalten wollte, sein Ding war das fünflagig. Und dann kriegst du keine, wie war das, 21 Salutschüsse, sondern 21 Klopapierrollen einfach so langgeworfen. Fünflagig natürlich. Fünflagig, fangt sie, fangt sie. Also schließen wir mal ab. Top 3 Die Stars Ananas Sei dabei Top 3 Feel free Mit Robert und Axel Und vielleicht noch jemand anderen mal gucken Ja, also genau, heute nur mit Axel und mir. Ja, ich habe noch ein paar Themen, Axel, also die sind nicht mehr große, aber ich würde gerne nochmal darüber sprechen. Ich zum Beispiel und meine Freundin, wir leben jetzt ein bisschen nachhaltiger. Und zwar, wir haben uns, ja, wir haben uns jetzt Too Good To Go angeguckt und auch schon mitgemacht. Schon mal gehört? Too Good To Go? Too Good To Go ist eine App, da kannst du Klär mich auf, mein Freund, das klingt spannend. Genau. Und zwar stellen da Firmen rein, also sowas wie Bio-Company oder sowas, Sachen rein, die halt frisch sind, aber halt nicht mehr verkauft werden zu einer bestimmten Zeit. Und dann kannst du dann halt das buchen für einen schmalen Thaler, anstatt 12,90 zahlst du 93 oder so. Und dann fährst du abends hin und holst dir zum Beispiel eine riesengroße Packung Brötchen oder so. Die sind natürlich ja einen Tag alt, aber auftosten kannst du es immer noch. Und das ist Too Good To Go. Da gibt es aber auch Nordsee, da gibt es noch so viele andere Läden. Da kannst du, ja. Achso, das heißt also, nur mal für mich zu verstehen, also angenommen zum Beispiel, ich würde sagen, ey, pass mal auf, bevor ihr das abends alles wegschmeißt oder so in diese Richtung, weiß ich nicht, melde mich da an und womöglich mein Rewe oder mein Italiener hier um die Ecke oder irgendwas sagt dann, hier, ich bin auch da drin, Leute. Jetzt könnt ihr hierher kommen und mir euch was abholen. Dann fahrt ihr hin, zahlt deutlich weniger Geld, oder? Nee, du musst das natürlich vorher in der App bezahlen mit Paypal und alles. Und dann wird dir so ein Zeitfenster gegeben. Zum Beispiel bei meinem Bio Company, wo ich jetzt viele Brötchen und Brot geholt habe, ist es so etwa 17.30 Uhr. Das ist immer so ein Ding. Du musst dann etwa wissen, wann die das reinstellen, weil da kriegst du keine Meldung. Das musst du dir mal so ein bisschen ausloten. Ja, zuerst kommt man halt zuerst. Genau. Und dann ist meistens so das Zeitfenster zwischen 19.30 Uhr und 19.50 Uhr oder 19.00 Uhr und 19.50 Uhr. Und dann kannst du halt, wenn du es auch richtig gebucht hast, kannst du dort dann hinfahren in der Zeit und dann kannst du dir deins abholen, weil es ist ja für dich reserviert dann, weil du es auch schon bezahlt hast. Hört sich sehr interessant an. Also das ist ja so ein ziemlich modernes Ding, war? Also das ist ja sehr nachhaltig auf jeden Fall. Finden wir sehr gut. Wir haben jetzt wirklich so viele Brote und wir haben erstmal viel eingefroren. Für die nächste Zeit haben wir da erstmal. Okay, ja. Ja, liebe Claudi, wenn du das hier hörst, darüber sollten wir uns auch mal unterhalten, weil das ist doch genau dein Thema. Wenn wir mal machen. Ich glaube, Claudi kennt die jetzt schon. Aber wo kann man sich da, vielleicht kannst du nochmal, falls Leute, so wie ich jetzt hier dabei sind und sagen, alles klingt aber gut, aber wo kann ich mich informieren? Also too good to go, muss ich wahrscheinlich einfach nur mal googeln oder Instagram oder irgendwas? Ja, es gibt definitiv eine App. Also für Android, ich bin ja nur Android-Benutzer, für Apple gibt es bestimmt auch eine und da kannst du das denn einstellen, wie groß der Radius von deinem Standort sein soll und dann werden dir da die Firmen angezeigt. Und dann kannst du es halt dich registrieren, kannst du es buchen und dann hast du halt, wie gesagt, dieses Zeitfenster, dann gehst du da hin, sagst du, hey, ich habe bei Too Good To Go gekauft, dann sagen die, okay, ja, super. Swipen dann kurz nach rechts und dann ist durch und dann kriegst du deine Sachen und dann kannst du wieder nach Hause gehen oder schon da verzehren oder sonst was. Okay, hört sich sehr spannend. Ich werde mir das ja definitiv mal angucken. Also das finde ich schon spannend. Also hatte ich so in der Form noch nicht gehört und muss ich mal gucken, was hier so in meinem Umkreis vielleicht da mitspielt. Guck mal. Wo man vielleicht mitmachen kann. Finde ich sehr gut. Genau. Danke für den Tipp. Also gerade Bäcker oder sowas, die halt Brot haben oder Brötchen. Letztens hatten wir auch von einem Kaffee, Kaffee Rosenberg, zwei Stücken Kuchen. Richtig lecker. Okay. Was habt ihr dafür bezahlt jetzt? Da haben wir, glaube ich, 3,90 anstatt 12 Euro oder so. Okay, krass. Das ist schon ein Ersparnis, nicht schlecht. Ja, ja, wirklich. So, genau. Und dann wollte ich noch ganz kurz über Filme reden, die ich hier in der letzten Zeit geguckt habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah mit Filmen, außer da mal wahrscheinlich. Ich habe nur da mal eigentlich geguckt und so. Deswegen kannst du mal hier deine Empfehlung mal droppen. Ja, einfach mal droppen. Und zwar habe ich gesehen Tickets in Paradise mit George Clooney und Julia Roberts. Die versuchen halt, die Hochzeit ihrer Tochter zu verhindern. Ganz lustiger Film. Ist okay. Kann man mal für einen schmalen Thaler irgendwie mal abonnieren. Ist okay, Robert. Du kommst hier mit. Ist okay, Phil. Wir wollen... Ist okay, nein, nein. Pass auf. Ich steigere mich. Ah, okay. Dann haben wir uns der Passfälscher angeguckt. Da geht es halt um einen Passfälscher im Zweiten Weltkrieg. 1942 ist halt Jude und seine Eltern sind halt deportiert worden. Er hat halt noch, dadurch, dass er kriegswichtige Arbeit macht, durfte er halt so doof wie es klingt, noch überleben und dort weitermachen und hat irgendwann Pässe gefälscht, sodass andere Leute rauskamen. Ende vom Lied ist, also nicht Ende vom Lied, aber es ging halt darum, dass er selber so einen Passfälschen wollte. Einen ganz speziellen und ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Story und sehr gut gemacht. Hört sich sehr gut an, alles klar. Ist wirklich. Und ich habe, ich habe der Nachname gesehen. Da kenne ich den ersten Teil, der Vorname. Der Vorname, der Vorname war schon lustig, der Nachname ist noch besser. Ja, ernsthaft, hätte ich das nicht vermutet. Besser, ohne Scheiß. Ich habe, ich habe so gelacht. Meine Freundin hat sich da so bepisst vor Lachen in diesem Film. Läuft der noch im Kino oder ist der irgendwo im Kino? Ja, ja, der läuft, der läuft, glaube ich, seit zwei Wochen im Kino oder so. Der ist so gut, der Film. Also, ja, sie hat sich, also wie gesagt, wir haben beide so herzlich darüber gelacht. Alleine, alleine Christoph Maria Herbst, wunderbare Rolle. Wunderbar. Sehr gut. Ist die gleiche Besetzung wie beim ersten Film? Ja. Sehr gut. Da freue ich mich drauf. Eins zu eins, die gleiche Besetzung. Sehr gut. Und, Axel, bist du noch da? Hallo, Axel? Axel? Oh, der Axel ist weg. So. Schubidup. Da ist wieder der Axel. Axel, was war los? Da ist er wieder. Komm, mach einfach weiter. Du warst weg. Ich sehe dich nicht mehr. Wir denken nicht drüber nach. Wir akzeptieren einfach, dass heute die Panshow mit Robert und Axel ist. Die Panshow. Genau. Und dann, und dann, pass auf, pass auf, ich habe bei Amazon, weil es wieder, weil es gab ja wieder diese 99-Cent-Aktion, die es ja gelegentlich mal gibt, ich habe mir noch mal Matrix 4 ausgeliehen. Warum? Na, weil ich diese Kampfszene damals nicht gesehen habe, weil ich unbedingt schiffen musste. ich muss dir sagen, der Film, also da habe ich mir noch mal, noch mal angeguckt, habe noch mal auf mich wirken lassen. Er hat seine Momente, aber der Film versucht wirklich, den ersten zu kopieren. Und das schlägt total viel, finde ich. Und das Ende war immer noch nicht besser. Naja, klar. Aber das Schöne ist, Babelsberg hat ja richtig da mit drinnen gedreht, oder? In dem Filmpark Babelsberg haben die da richtig viel gedreht. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Ja. Okay, ja, das war so in der letzten Zeit, was ich geguckt habe. Und ich habe, ach so, heute, heute, heute Nachmittag beendet. Und zwar, ähm, Herr der Ringe, die Serie. Die Macht der Ringe. Ist die jetzt abgeschlossen, die Serie? Nee. Also die, die Staffel meine ich. Die erste Staffel, genau, die ist abgeschlossen. Alles klar. Sehr gut. Sehr, sehr tiefgreifend. Also es geht wirklich tief in Tolkien rein und erzählt halt die Vorgeschichte, wie das Ganze entstanden ist. Mhm. Na, sehr schön. Also für jeder, der, äh, Herr der Ringe mag, aber ich glaube, wer Herr der Ringe Fan ist, der weiß ja sowieso schon, dass diese Serie da am Start ist. Richtig, genau. Du kommst ja auch, du kommst ja auch nicht durch die Stadt, ohne an irgendeinem Plakat von dir vorbeizukommen. Ist ja, ist ja an allen Ecken. Ist ja an allen Ecken. Ja. Sehr schön. Was hast du denn in der letzten Zeit so gesehen? Naja, ein Dama halt mal. Ich habe halt Dama geguckt und, äh, freue mich jetzt einfach, dass jetzt wieder die, äh, neue Staffel von, ähm, Jörg und Klaas gegen ProSieben läuft. Da ist jetzt, ähm, die zweite Folge durch. Das ist ja so mein Content der Woche. Das liebe ich einfach Dienstagabend, mir das gerne anzugucken. Also meistens danach, irgendwann, wenn ich es aufgenommen habe. Äh, ansonsten habe ich nicht viel mehr geguckt. Ich bin gerade da, Dama hat mich jetzt so für die letzten zwei Wochen begleitet, könnte man quasi sagen. Okay. Genau. Ich freue mich jetzt vor allem, äh, bevor wir jetzt die Folge abschließen gleich, äh, ich freue mich jetzt schon auf mein Wochenende. Da kann ich dann bei der nächsten Folge ein bisschen was erzählen. Mein Bruder und ich, wir haben ein geiles Wochenende vor uns. Wir verreisen, wir reisen ein bisschen durch die, ähm, ja, wir verreisen ein bisschen. Bundesrepublik Deutschland. Genau. Also wenn die Folge jetzt hier rauskommt, sind wir schon wieder zwei Tage zurück. Also da liegt das Wochenende schon hinter uns. Und bei der nächsten Folge, Folge, 52 dann, werden wir ein bisschen berichten. Nächste Folge Folge. Nächste Folge Folge, ja. Äh, werden wir mal berichten. Aber in Mannheim haben wir uns dann Eishockey eingeguckt, gegen Frankfurt Derby. Dann geht's weiter nach München, gucken wir uns eine Allianz Arena Fußball an und dann jetzt nochmal weiter nach Augsburg. Und, äh, darüber kann ich ja dann auch nochmal kurz berichten. Mein Bruder und ich, ich glaube gerade die Hinfahrt und die Rückfahrt wird wieder sehr Backstreet Boys lastig, könnte ich mir vorstellen. Hey, ganz geil. Und wir können, wir beide können auch noch darüber reden, dass wir beide noch zu einem Comedian gegangen sind. Ja? Darf ich, ich weiß nicht, ob ich, das Problem ist immer, Axel sagt immer, sag, sag, sag mal nichts, sag mal nichts, sag mal nichts, dass wir da hingehen. Einfach so, sag mal nichts. Ja, genau, sag mal nichts darüber, dass wir da hingehen, weil das Ding nämlich auch ein Teil eines Geschenks ist. Das kommt ja auch noch dazu. So, und die Person weiß noch nichts davon. Ja, dann musst du piepen. Ist egal. Sehr schön. und meine Güte. Mann, ich darf hier nichts mehr sagen. Mir wird alles verwehrt. Was wird dir denn alles verwehrt? Ich darf noch nicht mal sagen, wo wir nächstes Jahr hingehen. Du darfst, ja, weil das alles Geschenke sind, die noch geschenkt werden müssen. Mann, Alter. Was soll denn das? Ich schenke nur mal Geschenke. Und dann möchte ich bitte, dass du das respektierst, dass das noch nicht genannt wird. Ja, ich respektiere, aber ich respektiere nicht, dass das so lange, dass das so ewig scheiße hin ist. So ein Blödsinn aber auch, meine Güte. Wie kann man, wie kann man Geschenke, Konzerte und so weiter, wie kann man das schon so weit im Vorfeld kaufen? Naja, weil sie manchmal nach 24 Stunden oder so wenigen Stunden schon ausverkauft sind. Ja, Mann. Das ist halt manchmal das Problem. Aber wir beide, das können wir sagen, weil das kein Geschenk ist. Wir beide sind nächstes Jahr bei Sido dabei. Das ist richtig. Wir sind bei einem der vielen Konzerte, die er gibt mit seiner neuen Tour. Sind wir dabei und ich freue mich schon auf das neue Album dann ab 6. Dezember, glaube ich. Sind jetzt die ersten zwei Songs, hat er jetzt veröffentlicht. Sind schon, ja, sind da angeht vielversprechend, dass man erfährt, glaube ich, Sido macht jetzt ein bisschen andere Musik. Oh, Axel, das hört sich nicht überzeugend an. Nee, war es auch nicht. Nur ich. Ja, ich bin gespannt auf das Album, sagen wir es mal so. Und im Übrigen, ich kann nur empfehlen, wir werden jetzt gleich, wenn die Folge vorbei ist, wir lassen hier unser Outro laufen und ich würde euch als kleines Geschenk nochmal was für auf die Ohren mitgeben. 30 Sekunden von der Nordsee. Stellt euch einfach einen Sonnenuntergang vor, mitten an der Nordsee. Und das Video zum Sound ist übrigens, Entschuldigung, seit, meine Güte, das Video zum Sound ist übrigens schon seit ein paar Tagen auf unserer Instagram-Seite gepostet, als real. Kleine Empfehlung, einfach mal da hingehen und mal auf Abonnieren klicken oder so. Oder folgen oder wie man das nennt. Ist das denn so ein Video wie so, 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 30 Sekunden Entspannung. K, 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 K. Nicht ganz K, 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 aber schon viel. Schade, 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 schade. Also das ist kein Geschenk für euch. Ich mache damit Feierabend, wir sehen uns in zwei Wochen wieder, Robson kann die Folge beenden. Peace. Ja, vielen Dank nochmal, hat heute wieder viel Spaß gemacht und genau, wir hören uns in zwei Wochen und bis dann. Wollt ihr Infos, die kein Mensch braucht, dann schaltet wieder ein. Mit Axel und Robert habt ihr Spaß und so sollte es sein. Dies, das Ananas. Dies, das Ananas. Ananas schmeckt ganz gut. Ananas. 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 Vielen Dank.